Komm mal auf, bitte. Ja, ja, ja. Hab ich. Wo ist das? Nee, nee, lass mal. Oh mein Gott! Das ist ja... Dicker. Mann, ich hab mein zweiten Eisjahrt verkippt. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Das ist ja nervös. Mann, das ist schon wieder alles nach Kotze. Junge, erster Raum. Mann, Dicker. Mein kompletter Pullover ist nass. Nein. Dicker, meine Putzfrau kam heute her und hat alles durchgewischt. Was sollt ihr denn machen? Sollte sie dich putzen jetzt, oder was? Nein, aber die hat alles durchgewischt schon. Und jetzt komm ich hier hin, Dicker, und mach alles wieder im Arsch. Zwei Stunden, nachdem sie hier war.